Ich werde hier irgendwo sein. Oh, was ist mit mir? Pläne Schauchgeben, Pläne, okay. Okay. Timothy, kannst du mir erzählen, woher die Kälte ging? Entschuldigung, ich kann das nicht tun. Was ist ein unnötiger Roboter? Bleib doch mal stehen. Was ist denn du bist? Du weißt, ich nehme nie Zeit, diese kleine Sache zu spielen. Mal sehen, was heute hier drin ist. Aha. Snake. Verdammt. Bleibst du mal stehen? Oha. Mit spellen davor. Das wird knifflig. Schwierigkeitsstufe. Extra schwer. Ja. Es wird keine Munition mehr. Na komm, das schaffen wir. Das war's. Das war's. Das war's. Bekann. Davor. Pfff. und Office. Oh, okay. Entwasskampf. Das ist die Frutsch und das ist auch der Kranke. Das ist auch der Kranke, Punk. Du kannst nicht essen, Ted, at once. Du musst sie essen, serienlich. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es war nicht in den Regeln, so ich die Punkte. Wie viele Punkte bekomme ich? 12. Warum ist das mehr wert als das Soccer Spiel? Das Soccer Spiel war gefährlich. Hot dog-eating ist gefährlich, auch. Ich denke, ich habe mich verletzt. Du musst du aufwarten, wenn du willst. Wir haben mehr Aktivitäten kommen. Jeb, was ist die Punkt, von all das? A Punkt? Can't this just be an altruistic exercise to show you how much I love the hours you work for me? You'll all have fun, recharge, and get back at it working harder and faster than ever. What? And don't look at me like that. It was Joan's idea. Jeb, just because we get a break doesn't mean we work twice as fast after. Right! It's gotta be three times as fast. I already called the investors and trimmed a week off our milestone. Can we just stop this? No one is having fun. And no one wants your movie tickets. I do. Just how many tickets is an undisclosed number? It wouldn't be undisclosed if I disclosed it. Duh. That number is zero, isn't it? Zero is a number. What? No tickets? Look, the tickets weren't the real reason you all were doing this. Deep down, you regained your sense of fun, employees. Oh, the fun was a lie. And there's more where that came from. We still have karaoke, and the last word of the day. But next up is the dance off. You have to outdance me. Anyone mind if I take my shirt off for this? Nein. Yeah, that's not a good idea. I don't know about you all, but boy, could I really use a break from that guy? Whoa, Joan, is that a Trank gun? Yep. Standard issue. Standard issue? From who? We've got bigger things to worry about. Okay, aber wir müssen uns um die Karten kümmern. Und, und das. Ja. Das Typ denkt, ich könnte unter Strom stehen. Okay, ja, das ist ein Problem. Heilon, was machte deine Tentacle? Ihr Name ist Sally, und sie hat einen schlechten Tag. Und sie ist nicht meine Tentacle, sie hat nur eine Morgenstelle. Ich habe nie so viel von ihr gesehen. Ihr denkt ihr alle, sie hat eine Beak oder Klauze oder so? Oh, vielleicht eine Klauze. Hallo, das erklärt, warum sie warst. Ja, letzte Mal das passiert, das war schlecht. Das passiert schon vorher? Ja, Sally hat nur die Brinchen für einen Grunde genommen. Was ist das? Leggägen. Uh, wo? Ja, wo, Leute? Ach, du schenk. Sally hat sie etwa drei inches wide, sphärical, und, äh, kräftig. Well, krap. Ich werde die Flamethrower. Es könnten Krapen-Eier unter den Bällen sein. Alle Bälle? Wer hat eine Tentacle in ihrem Büro? Oh, warst du, dass du einen Krapen-Eier unterfragt? Ich bin der Exterminator. Ich bin der Exterminator. Piper, stop! Es gibt keine Probleme. Du kannst nicht durchführen. Du kannst dich durchführen. Es können PVC-Eier. Du kannst uns mit Vinylchlorien fummigieren. Ich bin ein Mann von Lösungen, okay? Wir haben nur einen Flamethrower und meine Bat hier in der Office. Und du kannst nicht ein Bat auf eine Ball. Oh, da ist ein anderer Weg. Sonst muss jemand in die Flamethrower gehen. In... ... was? In die Ballpitte. In die Flamethrower. In die Flamethrower. In die Flamethrower. Du sollst gehen. Sally vertraut dich. Ach, du Schreck. Ich habe nur gegessen und es hat nicht 30 Minuten gewesen. Timothy, mein Mann, willst du gehen? Ich bin sorry. Ich kann das nicht tun. Ich bin sorry. Ich kann das nicht tun. Ich kann das nicht tun. Oh, mit dem Tentackel rum? Du kannst mich ausführen. Ich glaube, wir können dich aus allem ausführen. Kannst du, Kevin? Ich habe nur einen Roll. Glaubst du mich? Ich würde lieber nicht. Aber ich arbeite an einem Indoor-Spielplatz. Ich weiß meinen Weg um einen Ballpip. Joan? Du musst nicht das tun. Nur ein bisschen Disinfektante bereit. Okay. Eckhand. Feier. Dash. Und wie alt ist die? Aha. Autsch. Okay, lass uns Eier suchen. Das ist ein Ei. Auweil. Autsch. Da sollten wir nicht reingehen. Da sollten wir schießen, ach schießen, bevor sie uns treffen. Der Kranke. Der Kranke. Der Kranke ist aus dem Spiel. und game over noch mal von vorne so ein mist besonders aufpassen auf unser bei energiebalken ja soviel dazu wo es die schwimmen ok okay Okay, let's go. Verdammt. Ausweichen und schießen. Das Auge ist am empfindlichsten. Oh nein. Oh nein. So wird es nie was. Hähnungen gibt es ja auch nicht. Oha. Verdammt. Das Auge. Verdammt. Ach was so ist. Oha. Du könntest eine verdammte Klön-Omelette mit denen machen. Oh, witzig. Ist das alle von ihnen? Ich denke so. Sally war nicht glücklich. Du hast sie nicht verletzt, hast du? Nein. Aber sie hat alle meine Tränkuliser-Darts benutzt. Auf geht's. Sie ist auf der Bewegung. Well, at least sie ist wieder in der Fridge. All diese Fud muss sie weg. Für die 35mg von Vitorphine. Wir holen diese Dinge in die Fräzche mit den anderen. Die... Others? Oh, ja. Pylon und ich habe das einmal mit dem, ein langes Mal vorhin. Ja. Ich habe das eine kleine Klön-Omel. Okay. Wir haben viel Platz für den Fräzchen. Ja. Und nächste Mal, wir werden sie auch. Als Team. Wirklich? Du hast überhaupt nichts gemacht. Genau. Es ist nicht Teamwork-Fun. Okay, schau. Nichts war Spaß. Spaß ist lame. Ich habe die Fun Squad. Wir sollten alle sagen uns das wir heute lernen. Das wird Spaß. Stopp' es, Kevin. Ich habe gelernt über die Macht der Freundschaft. Okay, sicher. Das ist meine Antwort, auch. Wir sind hier fertig? Und ich habe gelernt, wie viele Hotdogs ich kann essen, bevor ich meine Leber zu verbrechen. Ich denke, dass die meisten von uns gelernt haben, dass Sally aus der Fridge kann kommen. Und dass sie lebt. Und dass sie explodieren. Your turn, Viper. Viper. Oh, gut. Ich habe gelernt, was das Wort galvanize bedeutet. Oh, was das, Viper. Hurra. Ui. Des Nachts. Im Studio. Im Studio. Oh wei. Jetzt finden wir heraus, was hier los ist. Wie ist das denn? Der Praktikant war die ganze Zeit der Böse. Ich denke, das wäre sowas von unendlich. Wer? Ich denke, das wäre auch. Javier? Ist das du? Javier? Wer? Okay. Okay. Szenen. Heißt was? Das muss mir nochmal angucken. Letzte Szene im Spiel. Ja. 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 Wer sagt das? Der Herr Dr. Greed ist mit uns. Mann, das ist die zweite Mal diese Woche. Wer in der Hölle bist du? Und wenn du sagst Frank, dann werde ich deinen Arsch. Wer in der Hölle ist Frank? Hey. Hey. I know that voice. Wait. I do too. Javier? Is that you? Wer ist Javier? Wer war das nochmal? Der Praktikant die ganze Zeit? Ich sag doch. Das war meine Idee die ganze Zeit schon. Der Praktikant die ganze Zeit, die hinter der Sache steckt. Okay. Ich habe noch ein paar Pellets. Das war die letzte Episode von Staffel 2. Staffel 3 ist noch nicht draußen. Wie es aussieht wird es wohl bald nochmal. Wird wohl irgendwann mal nur eine Staffel 3 kommen. Weil das... Uff. Die Story ist noch nicht zu Ende. Dann gibt es noch einiges zu erzählen. Ansonsten bin ich enttäuscht. Wenn da keine dritte Staffel rauskommt. Das heißt, der Tree Out of Ten. Da muss ja noch eine dritte Staffel kommen. Das ist ja das ganze Mysterium. Da finden die Herren mit. Das Schirm muss noch aufgeklärt werden. Das ist doch... Das kann man doch so nicht stehen lassen. Da kann ich jetzt auch noch kein Ende in den Titel schreiben bei der letzten Folge. Das ist doch... Tja. Da muss doch wohl... Wer dieser Javier ist... Das müssen wir auch noch rausfinden. Tja. Sieht es aus, als gäbe es noch irgendwann 5 andere Folgen. 5 andere... Episoden. Mit noch mehr Folgen. Im Let's Play. Hm. Tja. Momentan... gibt es nur diese 5 Episoden. Tja. Müssen wir erstmal warten, bis die nächste Episode rauskommt. Ich bin gespannt. Ja. Daube ich nach oben, was sie bisher gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und ja. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr auch irgendwann dann mal... Gebt ein Daube ich nach oben, wenn ihr die dritte Season irgendwann mal sehen wollt. Wenn sie rauskommt. Ja. Vorerst hier, bis zum wahrscheinlich der nächsten Episode. Die noch entwickelt werden muss. Beendet. Aber... Ja. Noch kein Ende. Da wird wahrscheinlich noch einiges auf uns zukommen. Das Team rund um Palin und Co. Das wird nochmal auf uns zukommen. Tja. Ich kann auch mal draufkicken. Jut. Terrible Posture Game. Ich hoffe, sie bringen demnächst mal eine Season 2 raus. Ja nicht, Season 2 ist gerade erst rausgekommen. Müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Jut. Wie auch immer. Habt ihr noch einen angenehmen? Schönen Tag. Und... Haut dran an. Wir sehen uns bald wieder. Hoffentlich in Episode 3. Ansonsten... Ich guck schon in Season 3. Staffel 3. Ansonsten in einem anderen Let's Play auf meinem Kanal. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Bis da eins. Bis da eins. Bis da eins. Bis da eins. Bis zum nächsten Mal.